Großer Beute. Juhu, Wengsten Enner. Das goldische Rucksack, guck mal na. Wetten das nicht mit. Ich bin ja leer, ich hab doch 3 mal entleern gelassen. Im Gegensatz, ne ich sag nicht. Ich versteh das aber nie. Das macht sich aber gut mit den Enner. Ah, das macht sich gut mit den Enner Rucksack. Ich weiß. Da muss man den Einzug bloß benutzen. Ach, das war ja falsche. Genau, der. 3 mal 4 mal 3. 3 mal 4 mal 3. 3, 3, 3, 4 lang. 3 hoch. Hab ich es doch gehabt, aber ging trotzdem. Was in der Mitte? Muss das komplett voll sein? Probier das aus. Wir werden uns das Rezept mal angucken. Ich dachte, du hast das die ganze Zeit gemacht? Nee, das steht doch da. Geh mal auf diesen Hochofen. Da steht doch da, was zu machen musst. Aber da steht ja nicht da, wie das Rezept so geht. Ich bin jetzt, ich mach jetzt grad deine Arbeit dort. Was, ein Toilettepotzen? Nein. Ach, dachte. Ich hab's doch mal gemacht. Ich hab's doch mal gemacht. Ich fäh... Ich... Ah. Ne, 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 ich mach gerade... Ich mach gerade seine Bäume. Wir müssen ja kurz mal nochmal... T-t-t-t-t machen. Dass ich mal gucken kann. Hallo, abhauen. Hey, ich müsste ja... Ja, ich müsste mal das Rezept angucken. So jetzt wäre eigentlich das, wie es da steht. 3 3 breit 4 lang und 3 hoch oder ist das 3 3 3 lang und 4 wie gesagt wir es aus der antwoche sind der antwoche und kockerei office es ist 4 4 erster ist die doch und Rundin welches Verlager Zinko Prozent und da kommt dieses Po zum Lumpen aus der es wird es nur das ist ein Kumpel er kommt der schwarzen Stuttgart kurz Städter war das kamen sollte ich ich habe gut was ich bin noch nicht fertig stilte rohau da war ja drüben oder was auch in dem ruhig wo drüben äh Svenne Svenne ich hab uns mehrere gewischt geschickt wollte ich nur gesagt haben Sieg nur so nah an der rechten Mauer in der geschlossenen wo die Speicher sind äh unten bevor ich beim Dirk reingegangen bin ich kann mal ganz schnell mal jetzt Dings machen dass ich mal gucken kann Schnupf so warte geht's ähm brauchst du alles noch was? brauchst du noch was Dirk ne die füllen sich ja erstmal was willst du jetzt was willst du jetzt hier anbringen ich brauche ich brauch den Umwandler den würde ich jetzt auch bauen wollen ich will jetzt aber nicht wie das heißt die Raffinerie ist das was du willst richtig das geht mit ähm dreimal Tank ja aber jetzt verstehe ich nicht warte mal warte mal warte mal warte mal lass warte mal kurz äh lass mich lass mich lass mal kurz ich muss ich brauch drei Fackeln ne zwei achso Fackel Tanks tank 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 orders glaube ich auch ich hab's vergessen und ich hab's schon vergessen so Dirk du kannst weiter erzählen ne aber was ist denn ich hab bei den Endertank doch nichts anderes ich hab's nicht jetzt vier Endertanks und ich will auch mit den anderen jetzt Lava pumpen wie mach ich denn das dass ich hier dass der das weiß ähm kannst du nie gesagt du kannst das einstellen eigentlich ja aber ich kann nicht bloß jetzt die Richtung ob er von der rauspumpen will oder von dem weg oder anders wirst du kannst du das kannst du dir nie sagen eigentlich hab ich das so gesehen dass du eigentlich Zahlen eingeben konntest wie noch vielleicht eine neuere Version gewesen ähm das weiss ich nie äh ja ja weil wie gesagt kann ja sein du willst ja mit den anderen Endertank jetzt Lava pumpen weißt du wie ich's meine du wurdest ja Lava und Öl jetzt hier mixen weil der weiss ja nie dass du den ansteuern willst das Eisenrohr äh Quatsch Eisenrohr sag ich das Eisenzahnrad wird das gebraucht? Nö nehm ich mir alles klar Du hast gerettet und rechnet ähm was war denn besser? Eisen oder Goldrohr? äh Zahnrad? was war denn besser? Du konntest was du's nehmen willst ähm ich wills weiter veredeln zur Diamant dann musst du von Eisen auf Gold und dann von Gold auf Diamant Gold alles klar alles klar Du musst die ganzen Etappen immer so durchgehen Jajajajaja Ich war mir bloß nicht sicher welches ähm jetzt das bessere war Dirk? Ja? Hast du einen Motor? Hast du einen Motor? Ne den den habe ich jetzt auch verschwendet der hat nie verspendet für das Öl Ne 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 ist ja egal ich wollte bloß wissen ob du einen hast Ne ist ja der Motor kann man kennen mehr muss den bauen Drei Oger Haufen Zombies haben wir noch alles gut Boah Jungs Oh hier hinten sind sie echt hoch Oger Na komm her Komm her Komm her Komm her Ah hier ist auch wieder einer Dirk Komm her Dirk Komm her Dirk Bist du? Ja wir gehen hier lang Komm her wir gehen hier lang Ich geh ins Haus Was denkst du warum ich den Gang gemacht habe? Wisse? Schon sind wir da Schon sind wir da Schon sind wir da Ja gut Genau die Nur genau Ähm Gehst du nochmal rüber? Die anderen Rohre holen Was brauchst du? Ich hab Solche Rohre Plasterstein habe ich Wasser vor Nein die Rohre Die roten Die roten Rohre Meins Ja genau Einen hab ich noch Äh Der wird nie reichen für da drüben Wie willst du noch machen? Wie viel das hier ist In 1 Liter Öl? Naja und das werden wir jetzt umwandeln nach Benzin Ach dort in die Richtung oder was? Ja Du kriegst einen kleineren Teil Benzin plus noch raus Was vom Öl kriegst wirst du schon Ist ja egal oder? Du kriegst die ins zu ins raus Ich hol dir aber jetzt die Ich hol dir jetzt die Teile aus Du musst schon treffen Komm her durch Wird du fett? Komm ich schlag dich mal durch Komm ich schlag dich mal durch Ey bringe mal Bringe mal Erde mit Dirk Dirk? Wie Erde bist du da? Ach bringe mal ein bissl mit Ich komm hier echt Durch keine Öffnung hier Tja bist du ein fett? Fetter Dirk Bist du ein fetter Dirk? Bin ich fett Du kommst hier rein Sven Du kommst hier rein 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 Da draußen Reicht eh nur 30 Stück? Dicke Und ein Holzrohr Oder? Ne Ne nicht Holzrohr Ähm Steinrohr Ja Steinrohr Hab ich ja Ja genau Das ist gut Das ist gut Warum macht denn der hier nichts? Hast du das kaputt gemacht Dirk? Warte mal Ja Geh mal weg Vielleicht hab ich jetzt die Richtung verdreht gehabt Ich glaub ich hatte bei mir auf blau stehen Ne da muss ich andersrum Das stimmt schon Das ist ja dann Dirk? Machst du die jetzt hier hinten? Machst du die jetzt hier hinten? Achso Du willst die Rohre Warte mal Ja Ja Schließ da gleich an Schließ da gleich an Oh hätt's doch machen können Ich muss was rucken Pumpt nicht Wir hatten hier schon wieder Knall gemacht Geh wieder draußen man Ne Das ist immer anders Ne Veränder man Das Öl pumpt schon nimmer Siehste Wir sind jetzt schon wieder diese Öl Pumpt das nimmer Hier kommt kein Öl mehr durch Ich weiß ja dass du andersrum bist Lass mal so ja Lass mal das mal so Guck mal jetzt siehste Erst lief das Öl hier rein Und jetzt hat er das Öl aufgehört Ja wenn das Wetter besser wird Dann können wir mal drüben nach Ja hat einer Fackeln von euch Hat einer Fackeln von euch Ne Ne So gut wie ne So gut wie ne Aber das ging erst siehst du ja hier wie voll das ist Siehst du das? Das sieht wenig aus Aber das entspricht ganz schön Eine ganz schöne Menge was hier drüben ist Oder ist die schon leer Das die Das kann ich jetzt schlecht sagen Was macht denn das in Ordnung? Kann das überhaupt leer gehen? Ja Ja klar Deswegen hab ich ja gestaunt mit den Lava unten Dass das unbegrenzt gegen der Klubbe Aber da hatte ich das irgendwie dann falsch angeschlossen Deswegen ging das nochmal Dirk? Ja? Ja Baust du jetzt auch noch Lava Gelumpe hin? Ja ich will ja später Lava machen Aber da müssen wir erst mit den Endertanks nochmal gucken Wie das war das Das Ähm Kann man Kann man Kann man Lava irgendwie nach Strom umwandeln? Ja hab ich ja noch erst gemacht Den Tamal Generator Wieso? Ja Siehste? Also kannst du Also kannst du die anderen Rohre mit Lava füllen Ich denke du willst jetzt Benzin machen Deswegen kannst du hier auch Lava drinne Bunkern Das wollte der Sven doch nie Deswegen hat er seine Solar gemacht Ja Oh ist alright Da Hast du Du hast die Rohre nie mitgebracht Dirk oder? Doch Wo denn? Ich hab sie beim Inventar noch gehört Komm her Eins Nein 64 Stück 61 64 3 sind verschwunden Hast du wieder Hast du wieder mal Ja die flutschen einfach rein Da kann ich nicht dafür Da sind sie weg Immer Verlust Jaja Das kannst du hübscher verkleiden Wer? Du Aber du kühlst das auch richtig oder? Die Reffinerien Das bin ich ja weg Braust du nicht kühlen? Doch Nein Oh Gott ich geh hier weiter weg Braust du nicht kühlen Das heißt du Du baust ja gerne nochmal ganz neu Gerne nochmal ein Dorf oder? Nur wenn ihr mitunter geht Alles immer neu okay Ist gut aber okay Ist gut aber okay Ich werd mal selber abspeichern Ach ihr seid doch alle Ihr seid doch alle Kacke Ihr seid doch Ihr seid doch alles Kacke im Kopf jetzt Du siehst ja auch sooo Die Welt wurde gespeichert Ich hab Angst Ihr seid doch alle Kacke im Kopf jetzt Du musst echt kühlen Das wäre gewiss wie wir in der 3 Tanks da Etwas mit Wasser gekühlt werden Ja Ich glaub es auch Das wirst du mitkriegen Das steht Hitze nämlich wenn du das machst Und dann machts Bumm Ja Ich hab da Videos dazu gesehen Was sagst du Dirk? Ich hab Videos dazu gesehen Die sagen echt Du musst die kühlen Ich hab auch Ich hab auch Video gesehen Na wir gehen nach der Zeit Aber um was ist das Das geht das nicht Komischerweise Komischerweise haben sich die letzten Komischerweise haben sich die letzten zwei mit Öl Und der Gefüllt und vorne der hat sich mit Den umgewandeltem gefüllt Komischerweise Und wie lange hat er das dir gezeigt? Bis es knallt ist Ich bin 5 Sekunden und Wie ist das funktioniert? Ende Und komischerweise Hat er da nur noch eine Maschine dran gemacht Also erstmal anloben das Ding So ein riesen Lager für so ein schönes Ding Also mach mal jetzt Also mach mal jetzt Lava und Öl und Öl sollen sich vermischen Okay Oh Gott Hast du ja gesagt Wir sollen Schau mal hin Ach dort muss er auch noch rausziehen Ich glaub die Quelle ist echt alle Wir werden mal sehen wenn das Wetter besser ist Echt jetzt? Du hast gewusst sogar Du kannst doch so gehen Ich bin auf dem Herbeck Ich bin auf dem Herbeck hier schon drei Uhrer begegnet Und da siehst du wenn du schon auf dem Herbeck drei Begegnet bist Ich bin auf dem Herbeck